Und da sieht man es auch schon, die haben halt hier so einen kleinen Feuereffekt Und da schießen die ja gerne mal so Feuerkugeln Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless Video auf meinem Kanal Und zwar habe ich vor zwei Wochen glaube ich, ich weiß nicht, ist schon auf jeden Fall schon wieder ein wenig her Habe ich ein Monster frei geschalten und zwar auf einer neuen Insel noch dazu Und das ist der Chargog, ich weiß nicht ob es richtig ausgesprochen ist Auf jeden Fall würde ich gerne in dem Video mal gegen ihn kämpfen und ich habe natürlich wieder ein Thema dabei Aber darüber reden wir dann, wenn wir im Kampf sind Und Leute, man sieht es vielleicht schon, ich bin auf einer neuen Insel, habe ich ja gerade eben schon gesagt Und zwar sind hier die Feuermonster, also die haben alles so einen Feuereffekt, aber das seht ihr dann gleich im Kampf So Leute, da ist auch schon unser Monster Und da sieht man es auch schon, die haben halt hier so einen kleinen Feuereffekt Und da schießen die ja gerne mal so Feuerkugeln Und da muss man halt verdammt aufpassen, dass er nicht getroffen wird Das ist halt das Problem Und auf dem Boden ist auch manchmal Feuer Und wenn man brennt, zieht es halt verdammt viel life ab, das ist so ein bisschen das Problem Aber ich habe das Monster bis jetzt das einmal besiegt Ich habe auch erst zweimal gegen gekämpft, ich habe es einmal besiegt und einmal verloren Aber ich habe beim ersten Mal, wo ich verloren habe Hatte ich noch die alte Rüstung, nämlich die Knäscher Rüstung Und die ist halt nicht so gut, wie die, die ich jetzt habe Ah, wo ist das Feuer? Man muss aufpassen, weil wenn da Ja gut, weil der macht gern mal so eine Ja, sowas habe ich gerade, wollte ich gerade sagen So rundum Antacke Da wirst du dann getroffen, egal wo du bist Deswegen muss man bei dem immer ein bisschen auf Abstand auch ab und zu machen Das ist zumindest meine Strategie, ich weiß nicht, ob es die sinnvollste ist Auf jeden Fall habe ich als Thema dabei Der, ähm, ich bin ja jetzt mit der Schule fertig Was bedeutet, ich habe jetzt auch schon Sommerferien Obwohl in Bayern erst in zwei Wochen Ferien sind Oder in drei, ich weiß es gerade gar nicht Oh Gott, jetzt Alter, zum Glück hat er mich gerade zurückgekickt Jetzt hätte er mich jetzt voll erwischt Und auf jeden Fall will ich jetzt versuchen öfters zu streamen Wie ich es jetzt in letzter Zeit auch schon gemacht habe Nur halt noch unter der Woche Und dann auch mal längere Streams zu machen Wie da spontan in fünf Stunden streamen Vor zwei Wochen Da war es letztendlich Ne, vor zwei Wochen war das Auf jeden Fall ist mein Finger jetzt auch wieder Ah Gott, das, das, äh Oh nein, jetzt hat er mich aber voll erwischt Ich muss gegenhalten, ich muss gegenhalten Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch so Flammenschutzdränke Irgendwie, das wäre mal ganz interessant Auf jeden Fall, jetzt wo mein Finger wieder ganz ist Will ich auch mal, äh, will ich auch mit dem ARC-Projekt anfangen Innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen Ich weiß noch nicht wann Da wird dann drei ARC-Videos die Woche kommen So ist es zumindest bis jetzt geplant Und wir werden jetzt zur ersten Karte Decenta spielen Und danach gleich auf das neue DLC wechseln Wo im November rauskommt Da freue ich mich schon mega drauf auf das neue DLC Und ich würde sagen Ich glaube der Kampf wird wieder etwas länger down Das ist ja meist wie beim letzten Downless Video Ich mache wieder ein paar Cuts Zwischen rein Oh Gott Hat er mich gerade weg katapultiert Oder ist er gerade weggegleitet Oh, 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 oh Ich habe ihn abgetrennt Das ist gut Weil dann habe ich auch die tägliche Mission Ich weiß gar nicht, was die Kugel Was kriegt man da auch Haut raus Wenn man die Dinger zerschlägt Oh Gott Leute, ich muss euch noch nachher mal die Rüstung zeigen Weil ich finde, die sieht gar nicht so schlecht aus Die Rüstung von dem Viech hier Also besser wie die, wo ich momentan habe Wobei ich die jetzt auch nicht so schlecht finde Muss mal gucken Vielleicht behalte ich die, wo ich gerade habe Vielleicht stelle ich mir aber auch die von dem Monster hier her Die ist halt nochmal stärker Weil das Monster auch stärker ist Auf jeden Fall will ich mir auch die Waffen herstellen Von dem hier Weil Oh, wir haben ihn schon Ja, nice one Ich hatte Das letzte Mal hat es länger gedauert Die haben doch jetzt höchstens 5 Minuten gekämpft Zurück in Ramscape Laufe ich jetzt mal da hoch Wo der Waffen- und der Rüstungshändler ist Und ich zeige euch jetzt erst mal die Waffen Das sind nämlich Wenn Slade hier dieses Schwert Das ist der Hammer Das sind die Blades Die finde ich eigentlich auch ganz nice Ich glaube, die gönne ich mir gleich mal So, dann habe ich die gleich mal Die rüste ich noch im Stream auf Ich will jetzt nur nicht das alles verschwenden Das ist die Axt Und das hier ist der Speer Aber was mich viel mehr interessiert Ist die Rüstung Das wäre nämlich Wenn es lädt Das ist der Helm Das ist so das Oberteil Die Handschuhe Und die Beine Also den Helm will ich nicht unbedingt Aber hier dieses Oberteil Mache ich mir mal So Leute Dann gehen wir doch gleich mal hier rein Und rüsten das mal aus Wo haben wir es denn? Das Stab Dann das bleibt Hier nehme ich die Handschuhe Und hier noch die Beine Und Leute Dann gucken wir uns doch das Ganze mal kurz an So sieht die Rüstung aus Ich finde die sieht gar nicht so schlecht aus Ich habe zwar keine gescheiten Schuhe Aber ist ja egal Auf jeden Fall hoffe ich euch hat das Video gefallen Und wenn ja Ich möchte mich selber positives Feedback freuen Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder Ciao